Recht herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, bei mir auf dem Nivan-Kanal. Lang ist es her, dass wir etwas gemacht haben, doch ich habe endlich mal wieder etwas bekommen. Und wir fangen direkt mit dem neuen Set an, nämlich dem Sideset Pokémon Go. Viele von euch sind bestimmt auch Pokémon Go-Spieler, ich selbst spiele es natürlich auch regelmäßig. Und ich hatte Glück, ich habe einmal diese wunderschöne ETB hier bei mir im Laden bekommen. Wo genau dieser Laden ist, sage ich nicht, weil sonst haben die Dorfleute hier auch nichts mehr für sich zu kaufen. Bezahlt habe ich für diese wunderschöne Box 59,99 Euro, eine weitere ist noch per Post unterwegs von GameStop. Die habe ich mir zu schicken lassen. Und wir wollen jetzt erstmal sehen, was uns in dieser wunderschönen Top-Trainer-Box überhaupt erwartet. Wir sind es gewohnt, dass darin enthalten sind die Standard-, also die Booster natürlich, dann die Kartenhalter, die Sleeves, Energiekarten, das Heftchen, die Box, Zustandskarten, der V-Marker, der damals der GX-Marker gewesen ist und Würfelsets. Und das besondere Highlight bei dieser Box ist eine spezielle Mewtwo-Karte. Und wir werden es jetzt erstmal ganz auspacken und sehen, was uns darin erwartet. So, fangen wir mal an und packen das wunderbare Da-Da-Da-Da-Da-Da-Teil erstmal aus. Wenn ich es aufkriege, ist es immer so eine lustige, verfluchte Verpackung. So, und das schöne Ding kommt dann auch später bei mir ins Regal rein. Erstmal den Müll beiseite schmeißen. Ihr habt es nochmal wunderschön. Rutschen wir jetzt erstmal das Ding hier raus. So, und ich habe schon mitbekommen bei anderen YouTubern, dass da auch Codes bei sind, für Pokémon Go und so. Das ist das Heftchen. Das Karten-Set besteht dieses Mal aus, ich weiß gar nicht, steht das hier irgendwo drin, aus wie vielen Karten das Set besteht. Ich glaube irgendwas mit noch nicht mal 80 Karten oder sowas. Und diesmal ist das Heft leider nur aus Papier und nicht so stabil, wie die sonst immer vorhandenen Karten, Büchlein. So, und eine wunderschöne Box mit einem Schimmereffekt. Die sind ja immer was ganz Besonderes, muss ich dazu sagen. Finde ich immer ganz klasse, dass die Pokémon-Kampagnie da so etwas Wunderschönes uns präsentiert. Dann machen wir den Deckel weg. Und die Verpackungsinhalte. So, da haben wir mal wie immer die Kartentrenner. Vier Stück sind in der Box drin. Dann haben wir wie immer ein Päckchen mit Energiekarten. Die wunderschöne Promokarte Mewtwo V. Die lassen wir erst mal so. Die legen wir auch hier zu. Dann eine Code-Karte, die immer mit dabei ist. Die Schadensmarker. Die Vista-Marke. Und das Würfelset. Wobei der Zahlenwürfel natürlich besser ist, ist durchsichtig. Und der Rest davon sind weiße Würfelteile. So. Dann haben wir hier die wunderschönen Sleeves. 60 Stück sind das immer beim Kauf einer Box. Und natürlich, was nicht fehlen darf, die Booster. Zehn Stück sollten es sein. Wir zählen mal nach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, es sind wirklich zehn Stück. Da muss man auch dazu sagen, dass die Verpackung wunderschön aussieht. Und wir werden die jetzt alle gemeinsam auspacken. Das wird jetzt ein Spaß. Aber ich gucke mal, was ich mich vielleicht hinsetzen kann, weil mir tut der Rücken weh. Kleinen Moment, eine minimale Pause. Ihr werdet davon nichts mitbekommen, denn es sieht aus, so würde ich nichts tun. So, das Einzige, was sich jetzt geändert hat, ist wahrscheinlich etwas der Ton, weil ich jetzt hinter dem Handy etwas niedriger sitze. Aber wir werden jetzt die Booster nach und nach aufmachen. Und ich bin ganz gespannt, was wir denn aus unseren zehn Boostern aus der ersten E.T.B. Ziehenker werden. Die zweite werde ich natürlich auch dann vielleicht per Video machen. Werden wir dann sehen. So, erstmal den Kot wegmachen. So, eins, zwei, drei, vier Karten nach vorne. Waren noch vier, ne? Genau. So, fangen wir an mit einer Stahlenergie. Die, Sonnfell, Lockmodul, Glutexo, Dusselgur, Reislaus, Visasam, Shiggy, Bediza, Pikachu in Reverse und ein Haithera in Holo. Wunderschöne Karte. Ich habe jetzt keine Sleeves hier, ich gucke jetzt noch mal ganz kurz durch, ob hier ein Tito bei gewesen ist. Denn dieses Set hat ja diese lustigen Tito-Karten, die versteckt sind. So, die Energiekarte mache ich da hinten hin. Booster-Müll beiseite. Zweiter Booster. Wenn ihr bisher das Glück gehabt habt, an eine E.T.B. oder etwas anderen dran zu kommen von diesem Set, würde ich mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt und mir sagt, was den Europuls so gewesen sind. So, habe ich jetzt noch eine Karte, ist zurückgeblieben, Booster, merke ich. Ich versuche die da jetzt mit rauszukriegen. Ist auch natürlich die Code-Karte. So, die Code-Karte beiseite. Eins, zwei, drei, vier Karten nach vorne. Da haben wir tatsächlich, tatsächlich, für diejenigen, die keinen Wii-Marker haben, ist dann diese Karte immer ganz praktisch. Hab ich auf Baub auf Play gedrückt? Ja, tatsächlich. Gut, dann machen wir mal den Wii-Marker beiseite. Da haben wir einen Candela von Team Rot. Ein Lunarstein. Ein Sondermonbon. Evoli. Wunderschönes Artwork. Pikachu. Ein Radfratz. Das liebe ich übrigens auch, dieses Artwork ist besonders klasse, finde ich. Ein Bidifass. Shiggy. Arctos in Reverse. Und ein Zapdos. Die Karte wollte ich unbedingt haben, weil ich finde die so mega schön. Da kann man echt nicht meckern. Die Holo-Karten, in jedem Booster ist eine Holo-Karte enthalten. Ihr könnt mir auch mal sagen, welche Karte ihr denn unbedingt aus dem Set haben wollt. Und ob ihr nur Sammler seid oder ob ihr auch Spieler seid. Weil ich bin ja auch Spieler. Ich sammle die Karten ja nicht nur. So. Eins, zwei, drei, vier nach vorne. Was ich immer ärgerlich fand, dass halt immer so viele Leute die ganzen Sachen aufgekauft haben. Und dann den wirklichen Leuten, die auch, hupala, die auch mit den Karten spielen, keine Chance mehr hatten. Ein Blanz von Team Blau. Ariados. Ei-Brot-Maschine. Wer von euch spielt in Pokémon Go? Schreibt mir das in die Kommentare. Alola-Ratical. Ein Lafita. Rat-Fratz. Hupala. Weber-Rack. Pikachu. Ein Meltan in Reverse. Und ein Despot-Tar. Ich hoffe, man sieht das eigentlich auch ganz gut. Ich habe leider, leider ein sehr schlechtes Lichtverhältnis hier in dem Zimmer. Ich bin ja jetzt nicht mehr in Hamburg. Ich bin ja umgezogen. Habe leider keine Wohnung in Hamburg gefunden, die noch bezahlbar gewesen wäre. Von daher hatte ich keine andere Möglichkeit, als vorübergehend, vielleicht auch auf ewig, Hamburg zu verlassen. Das hat mir wirklich sehr in der Seele wehgetan, weil ich Hamburg wirklich geliebt habe. Es war mein Traum zu Hause. Und wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der vielleicht jemanden kennt, der eine Wohnung hat in Hamburg, die nicht von der Inflation betroffen ist, die man sich noch leisten kann als Otto-Normal-Mensch, dann wäre ich da wirklich sehr froh drüber, wenn ihr mir da Bescheid geben würdet. Und kommt mir jetzt bitte nicht mit Saga. Saga ist der letzte Dreck. So, Dusselgur. Visasam. Karpador. Sieht man es auch gut genug? Nicht, dass ich das falsch halte. Noch ein Meltan in Normal. Ein Reverse-Pikachu mit der Spezial-Pikachu-Kappe, die man auch jetzt in Pokémon Go fangen kann. Ich weiß nicht, ob das Event schon vorbei ist. Und ein Felinara in Reverse. Leider haben wir bis jetzt noch kein Glück gehabt, haben aber auch erst vier Booster aufgemacht. Vier von zehn. Hier kommt der fünfte. Die erste Hälfte haben wir schon mal durch. Ich mache auch die Booster mit Absicht so auf, weil ich möchte mich einen der Booster-Tüten gerne behalten. Und es ist immer ganz toll, wenn man die Tüten dann unbeschädigt hat. Zwei, drei, vier. Zaptus habe ich ja schon gezogen, die Karte, die ich unbedingt haben wollte. Wäre noch schön, wenn ich auch noch Arctos und Lavados in Holo kriegen könnte. Dann haben wir hier noch Lunarstein. Sonderbonbon. Fasersnob. Navitaub. Jetzt hätten wir auch ein bisschen so. Blumanda. Dann hätten wir nämlich ein Evolutions-Pack. Evoli. Nertu. Ambediffel. Ah, ich habe eine Dito-Karte. Da könnt ihr es direkt sehen, hier unten. Da ist dieses Dito. Und normalerweise wäre da so ein Buchstabe. Aber hier ist ein Dito. Ich zeige euch gleich, was wir damit machen. Und ein Lapras in Reverse. Die Dito-Karten sind nämlich tricky. Da kann man nämlich hier oben an den Ecken das Bild abziehen. Und da drunter kommt dann ein Dito hervor. Ist das nicht cool? Man kann die sich jetzt auch irgendwo hinkleben, wie man halt will. Ich klebe es jetzt mal hier hin. Das ist eine wunderschöne Dito-Karte. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich direkt eine kriege. War richtig gut. So, kommen wir zu Booster Nummer 6. Und mein Rücken bringt mich immer noch rum, obwohl ich sitze. Aber es liegt auch daran, ich sitze halt schief. Hinter dem Stativ. Ich kann auch kein Foto vom Stativ machen, wie das hier aussieht. Bei Gelegenheit zeige ich euch dann mal auf Instagram, wie ich meine Videos mache. Hängt fest, ne? Ich habe es nicht ganz aufgemacht. Dann einmal den Code beiseite. 1, 2, 3, 4 wieder nach vorne. Und eine Elektroenergie. Rücken, so ein Fehl. Spark von Team Gelb. Shanera. Leberrack. Oh, ich sehe einen Hit. Pikachu. Radfratz. Ihr habt es auch schon gesehen, oder? Ihr habt es ganz bestimmt gesehen, genauso wie ich. Bidica. Blumanda. Weberrack. Und unser erster Hit ist das Alola Kokowai in Full Art. Wunderschön. Sieht richtig gut aus. Full Art Karten sind immer was ganz besonderes, sage ich. Ich lege die jetzt mal da hin. So. Kommen wir zum nächsten Booster. Vielleicht kriegen wir auch noch eine richtig geile... Also, ich hätte jetzt... Oh, jetzt habe ich es tatsächlich so aufgerissen. Aber ich habe ja sowieso schon genug Booster so aufgemacht, dass ich mindestens eine haben werde, die anständig aussieht, die ich mir einrahmen kann. So, eine Kampfenergie. Ein Pokestop. Ein Lammus. Noch ein Candela. Bidica. 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 Charpador. Griffel. Miltan. Shiggy. Blutexo in Reverse. Und... Oh, noch ein Hit. Oh! Oh, Dragoran V. Eine normale Karte, aber seht euch mal dieses Artwork an. Das ist so einfach so geil gezeichnet, gefällt mir super gut. Das ist unser zweiter Hit aus dieser Box. Also jetzt geht's langsam voran. Da bin ich zufrieden. Wer jetzt erst weggesprungen ist oder so, ich hoffe, niemand von euch springt immer meine Videos drüber, wie manche über seine Freunde. Jugendfeuer-Content. Eins, zwei, drei, vier. Und eine Feuerenergie. Ich würde ja gerne mal mit den Card Buddies was machen, aber ich glaube nicht, dass die Card Buddies was mit so kleinen Leuten wie mir aufnehmen würden. Logmodul, Ariados. Ich würde ja gerne mal dieses Bingo mit denen machen. Einfach so aus Fun. Das hat mir schon sehr gut bei denen auf dem Kanal gefallen und das würde ich halt gerne mal mit jemandem machen, aber ich habe hier selbst halt niemanden. Und die machen das ja auch gerne. Oh, Bisaflor. Oh. Also ich weiß, dass viele hinter Glurak her sind, aber ich finde Bisaflor auch genauso schön. Wollen wir das mal hier hin? Ich würde ja gerne... Achso, genau, die Glurak-Karten. Die Glurak-Karten hätte ich auch noch gerne, aber die sind overhyped. Glurak ist so das Statussymbol von Pokémon geworden, irgendwie, obwohl es eigentlich Pikachu sein sollte. Ähm, Dedicat Buddies. Oh, dieses Booster geht manchmal so schwer auf. So. Äh, schaut einfach mal... Uppala. Schaut einfach mal bei denen vorbei, wenn ihr Lust habt. Die freuen sich auch immer über neue Zuschauer. Psycho-Energie. Ein Sparky. Sharnera. Xatu. Äh, die sind auch meistens Titus, aber es ist diesmal keins bei mir. Come Up. Ein Bisasam. Onyx. Bidifas. Wo man eigentlich denkt, dass es eher, ähm... Farbwegel ist, aber es ist eine Bidifas-Karte. Fleckmon. Filinara and Reserve. Re... Reverse. Jetzt hab ich's mal. Und eine Tur-Talk-Holo-Karte. Uns fehlt jetzt noch Glurak von diesen Holokarten. Dann hätten wir alle drei Starter in der Endstufe. Das wär echt mega, wenn die jetzt in dem letzten Booster, was wir hier haben, auch noch drinne wäre. Nochmals ganz großes Sorry dafür, dass ihr so ewig lange von mir keine Videos gesehen habt. Dafür schäme ich mich immer noch. Ähm, wenn ihr Ideen habt, was ich denn für Content noch so bringen könnte. Außer jetzt Pokémon-Karten aufmachen. Soll ich das Format mit den legendären Pokémon, die Erklärungen zu denen, soll ich das weitermachen? Hab euch das gefallen? Also so wie ich es mit Lugia und Ho-Oh gemacht hab. Ideen hätte ich tatsächlich schon für andere legendäre Pokémon. Ich würd nur gern wissen, ob es euch gefallen hat. So, letzte Karte. Und ein Meltan in Holo. So, wir gehen jetzt nochmal ganz kurz durch, was wir bekommen haben. Meltan in Holo haben wir gekriegt. Das Turtok. Visa Floor. Dito. Also eine versteckte Dito-Karte. Hat nicht so einen kleinen Fleck. Das ist auch nicht so schlimm. Ein Lapras. Felinara. Despotar. Zapdos, wo ich sehr stolz drauf bin. Und Hytera in Holo. Und diese beiden Hits haben wir noch gekriegt. Das war unsere ETB. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ich steh jetzt mal wieder auf. Oh, rücken. Und hoffe, dass ihr das nächste Mal dann wieder einschaltet. Die nächste Box kommt, sollte jetzt die nächsten Tage per Post zu mir kommen. Die werde ich dann auch noch mit euch gemeinsam aufmachen. So sieht der Kartenstapel aus. Das sind diese Striche. Ich glaub, das sind die Reverse-Karten, oder? Können das sein? Oder ist das nur... Ne. Ich hab gedacht, dass es vielleicht Reverse-Karten sind. Gut. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe und drücke euch ganz fest die Daumen, dass ihr super Puls habt. Und wir sehen uns dann, wenn es wieder heißt Pokémon. Okay? Macht's gut. Ciao. Boa. 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 Untertitelung des ZDF, 2020